Warum ich zu den Grünen gekommen bin? Das ist keine schwere Frage. Die Grünen sind die einzige Partei, die wirklich eine konsequente Frauenquote haben, die höchste Frauenquote und die sich wirklich auch konsequent für den Umweltschutz einsetzen. Nachhaltigkeit für die nachfolgenden Generationen gibt es so, nur bei den Grünen. Deswegen ist für mich ganz klar, ich bin eine grüne Frau und ich bin stolz darauf. Und ich setze mich ein, ich mache Politik, grüne Politik für den Ort und für das Land und überall, wo es notwendig ist, bis alles grün wird.